moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge phasmophobia heute ist der tag heute lernen wir den geist der geister kennen heute werden wir den geist der geister kennen er wird uns das fürchten denn er würde uns fertig machen und er wird ja zickelen und das alles in einer folge der gruseligste geist den wir seit lange hatten ich weiß das wirst nicht mehr so optimistisch nachdem du letzte runde gestorben bist was ich hasse verräter ok also unsere räucherstäbchen entkommen der jagd und sanity werden unter 25 prozent patricia mostly gruppen alleine irgendwas nur allein ich muss erst mal die passage suchen oh jetzt sind wir in tengerwood macht die tür das bei dir auch ok bei mir hatte die ganze zeit so auf zu auf zu strom ist im keller patricia gibt mir ein zeichen wo bist du verfluchten gegenstand irgendwo wird wirbelsäule im waschraum 13 grad patricia wo bist du das warst du sag ich doch tür aber welche müsste eine von denen hier 8 grad bei der wirbel 8 grad hier vorne wird zum patricia entweder bei der wirbelsäule oder in dem waschraum was tut das 8 grad hier 8 grad hier ... .. ... ... mirringe 16 5 ok 이에요 Okay. The kitchen it is. Ja, holen wir mal den ganzen Stuff-Bind. Meine Schlüssel. Oh. Gib ihr ein Zeichen. Oh. Ähm. Wir nehmen mit IMF. Nee, IMF ist gar keine Quest. Brauchen wir aber trotzdem. Mal erst mal das rein da. Was ist das für ein Geräusch? Ja, weiß ich nicht. Hört sich an wie Regen am Fenster. Was ist das, meinst du? Du meinst das Geklackert hier die ganze Zeit. Patriz. Ja, hab ich auch gehört. Was, was war das? So, so ein... Patrizia, gib mir ein Zeichen. Da liegt ein Löffel daneben. Patrizia, bist du hier? Wo bist du, Patrizia? Ja, wo bist du, Patrizia? Ja, Patrizia, Patrizia. Wo bist du denn? Was sind das für Geräusche? Ich weiß es nicht. Bist du das? Rechst du dich gerade? Was? Rechst du dich gerade? Was? Ich laufe durch die Küche mit dem Thermometer. Was war das? Ich weiß es nicht. Okay, ich hole einmal eine Kamera. Und Buch haben wir noch nicht. Was nehmen wir noch mit? Ich war gerade im Van, hab die Kamera und ein Buch geholt. Ey, die hat hier voll laut den Löffel gerade geschmissen. Oder so. Als wenn da einer mit einem Löffel auf den Teller gehauen hat. Ich höre ja auch die ganze Zeit irgendwelche Geräusche. Als ich draus gehen wollte. Ups. So. Irgendwie keine Fingerabdrücke. Nichts ist, äh, Druck. So, ich lege mal eine Kamera hier mit hin. Bist du gerade eine Treppe gegangen? Nein. Ja, das hat sich angehört, als wärst du eine Treppe gegangen. Ich war in dem Waschraum. Vielleicht Holzfußboden? Eine Tür? Was können wir denn noch mitnehmen? Ach, wir haben ja noch gar nicht auf die Kamera geguckt. Man sieht ja auch nichts. Also noch eine Kamera. Und einen Dots. Haben wir auch noch nicht drin. Oha. Jetzt geht's los. Ist das ein gruseliger Geist? Was sagt die MF? Fünf. Ja? Ja, ja. Alter. Patricia, das war nicht sehr nett von dir. Wo war sie? Keine Ahnung. Ich stand hier und auf einmal hast du... Bestimmt hier in dem Wäscheraum. Ich bin die ganze Zeit der Meinung, dass es hier... Aber es passt ja nicht. Schreib ins Buch. Also IMF 5. Die war hier in der Ecke. Bleibst du bitte hier? Nein. Komm her. Ich habe kein Foto gemacht. Geist. Und meine? Ich komme mal Pönen schlucken. Oh, ich habe nicht mal ein Foto gemacht. Ups. Hätte ich ein Foto nur gemacht. Dann hätten wir das schon mal weg. Gut, dann brauche ich einen Dots nicht mehr mitnehmen. Nee, Dots ist gerade von da. Dots Projektor und IMF 5. Ach ja, stimmt. IMF war ja auch. Okay, ich gehe nochmal rein. Warte, ich gucke vorher, was wir noch haben. Äh, Reitschuhgespenst Onigoryo. Ganz schön viel. Reitschuh. Da. Das wären jetzt Geister-Orbs. Gespenst wäre Dots Projektor. Na, Orbs sieht man aber fast nicht. Äh, wir haben die Geister-Box. Wir haben die Geister-Box auch. Hat sie was gesagt? Ja. Ist ein Gespenst. Nee, als ich alleine drin war. Okay, also wir haben jetzt noch die Quest-Räucherstäbchen. Ein Foto können wir noch machen von ihr. Du kannst ihr noch während einer Jagde kommen. Ja. No. Na, erstmal das Bild. Patrizia. Was machst du jetzt? Ich gucke, wo sie ist und mache ein Foto von ihr. Hm, hier vorne sogar. Und weg. Patrizia. Was für'n Geräusch. Hä, sie schreibt ins Buch? Hä? Ich gebe nicht von raus, Alter. Äh... Nehmen wir die Box nochmal weg. Hä, das passt doch gar nicht. Ich habe die Box und das Buch. War IMF vielleicht nicht auf 5? Verpiss dich. Verpiss dich. Entschuldigung. Für die Worldwide. Da bleibt hinten stehen. Ich brauche ein Kreuz. Ich brauche sowas von Kreuz. Boah, schon wieder aktiv. Ich raff jetzt gar nichts mehr. Ich denke, die hat einen Dots-Projektor. Du hast... Du hast einen Dots-Projektor? Hä? Bei dir ist es ja durch die Dots gelaufen. Ja. Ja. Ich sehe es auch. Dann haben wir vielleicht IMF keine 5 gehabt. Dann wäre es der... Umgetragen habe ich schon. Ich habe schon umgetragen. Das ist der... Deo... Deogen, oder wie der heißt. Okay, ich habe auch schon ein Foto von ihm. Weiter. Das ist jetzt ungewohnt gruselig. Ich schmeiße mal zwei Kreuze rein. Ich stand da mittendrin. Eigentlich brauche ich nur noch die Räucherstäbchen machen. Schmeiße ich die Kreuze rein. Dann mache ich die Räucherstäbchen. So. Einmal... Hier. Einmal... Nicht ganz, wo ich wollte. So. So, ich habe jetzt... Hier siehst du. Ja, habe ich gehört. Okay, dann kann ich die schon mal ausmachen. Ich habe jetzt... Ähm... Zwei Kreuzlinge gelegt. Wir müssen die noch ausräuchern. Ja. Dann haben wir eigentlich... Ne, wir haben... Hast du schon einen verfluchten Gegenstand gefunden? Nein. Siehst du, ich auch nicht. Okay. Hier nicht. Da auch nicht. Da nicht. Ist das ein neuer Spiegel? Kann ich nicht nehmen. Ähm... Ist nix. Ist auch nix. Ich habe gar keine Kamera mehr. Prografiere ich den draußen? Scheißegal. Auch nix. Zugeramscht. Ich hole erst mal eine Kamera. Was könnten denn... Wo könnte denn... Also wir haben jetzt... Äh... Ja, willst du die Räucherstäbchen machen? Ich suche noch den Gegenstand. Oh, ich kriege das mit den Räucherstäbchen immer nicht hin. Ich weiß, das sieht immer mega lustig aus. Oh, 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 oh. Okay. Könnte... Da ist auch nix. Vielleicht was im Keller übersehen oder hier. Ich weiß halt... Und ich kenne die ganzen Spots hier nicht. Oh. Ich habe die Voodoo-Puppe. Willst du die ausprobieren? Souvenir. Ich habe beim Rauslaufen noch schnell den Nadel gedrückt. Puh, wir haben es geschafft. Der war sogar aktiver, aber es ging mega schnell. Guck mal. Ah, jetzt sieht man es nicht mehr. Der hing eben hier in der Ecke vom Bildschirm fest. Du redest nicht mit mir. Nee. Oh, achso. Ich dachte, du hast die Taste nicht gefunden. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Ich habe es überhalten, ey. Zum Schlafen heute Nacht. Was ich eingetragen habe. Ja, habe ich. Eingetragen habe ich auch. Fotos haben wir vom Knochen. Interaktion Buch. Interaktion so. Geist. Und Voodoo-Puppe. Ja, wollen wir? Drück mal auf die Puppe. Nein. Geht auch gar nicht. Wäre aber mega geil, wenn es im Auto auch geht und dann kommt der im Auto oder so. Ein Ding. Haben wir recht gehabt. Hä, wieso haben wir denn zwei Quests nicht? Die, ähm, äh, sind diese unter 25 und dann kommen sie denen bei der Jagd, glaube ich. Ah, stimmt. Dann war das nur ein Geister-Event, als der bei mir da war. Gut, jetzt ist nicht gestorben, aber wir versprochen ein aktiver Geist. Und der war tatsächlich, fand ich ein bisschen scary. Weil der schon sehr viel geschmissen hat. Und so komische Geräusche, die kannte ich gar nicht. Ja, der hat voll den Löffel, als er da den Löffel auf den Teller gehauen hat. So, durch, 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 durch. Wie die Kinder immer. So, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Peige, die Peige, die Folge heute besser gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Macht's gut. Ciao.